Musik Hallo, hier ist Janik vom Hessen-Kämen-Dream. Wie ihr wisst, gibt es ja drei verschiedene Stationen von Weihnachtsmärkten in Wetzlar. Und heute sind wir an der Bahnhofstraße und probieren für euch ein paar Grüße aufzufangen. Wollen Sie Grüße aufnehmen? Nee, danke. Nee, danke. Ich wünsche meiner Oma schöne Weihnachten. Ich wünsche mir ein Piratenspiel für ein 2DS. Die Oma. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Anna und Elsa. Hallo, ich bin hier in Wetzlar auf dem Weihnachtsmarkt. Weihnachten ist geil. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Hä? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Du? Ähm, Playmobil, große Fußball-Arena. Ja, schöne Grüße aus Wetzlar an meine Kinder, meine Schwiegermutter. Ja, wir wollen den ganzen Weihnachtsmarkt mit Deutsch. Ja, wir haben heute Zeit, eine Gesundheit. Und so habe ich keine großen Wünsche. Ja, ich bin hier in Wetzlar. Wir sind hier in Wetzlar, auf dem Weihnachtsmarkt, so und ich grüße ganz ehrlich meine Mutter, meine Oma, meine ganze Familie. Oh ja, den Daniel Friedrich, unser Klassenkamerad und die Jacqueline Offenbach, unsere Lehrerin. Jacqueline Offenbach. Ich bin der PS4, ja, Fernseher, neun. Eier, Geld, was man halt so nötig braucht und dass die Familie gesund ist, das ist das Wichtigste. Grüße den Herrn Mulch, Gerhard Mulch, von mir und von Jeremy, von Gino und von Justin. Braunfels, wir sind in der Kalkenner Schule, Braunfels. Kommt das wenigstens ins Fernsehen. Ich grüße alle, meine Familie, Verwandten, Freunde, Freunde zu Weihnachten und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass Frieden gibt, Freude und Liebe der Familie und ganz viel Glück. Ich habe schon ein Geschenk bekommen, also ich habe mein Zimmer neu gemacht gekriegt. Ähm, ich bin gerade überrascht, ich weiß gar nichts, nee. Ach, Geschenke muss ich, glaube ich, bestimmt trotzdem bezahlen. Ich bin wohnschlos glücklich. Ich bin hier mit meiner Freundin. Wir stehen hier ganz romantisch in Wetzlar auf dem Weihnachtsmarkt am Feuer und ich wollte sie heute über eine ganz besondere Frage stellen und ich habe gedacht, das wäre heute hier der richtige Ort und ich wollte es jetzt einfach mal machen. Antonia, wir sind jetzt so lange zusammen, wollen wir heiraten? So, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt eine kleine Trommel dabei hätten, können wir alle gemeinsam trommeln, aber da das nicht so ist, singe ich einfach mal für Sie ein Lied, das ist da. Ta HIjas ist da. Da Little Drummer Boy. Ja, hallo! Ri???? Comme, they told me, pra problem-bum-bum. Only one came to see, pra-ra-pr-bum-bum-bum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und für alle Kuscheligen singe ich jetzt ein schönes Lied von Nat King Cole, das heißt The Christmas Song. Merry Christmas. Everybody knows, everybody knows, And so, 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 Musik Danke schön, Mr. Nat King Cole, ladies and gentlemen. Alright, the next song is from Mr. Dean Martin. This is not a Christmas season, but a very, very beautiful song. It's called Gentle On My Mind. It's knowing that your door is always open and your pepper feet are warm. That makes me tend to leave my sleeping back row. That bed stashed behind your couch. While it's knowing that I'm shackled by forgotten words and box. And the ink stains that I've tried up on some wine. That keeps you in the back row by the rivers of my memories. Very catchy gentle on my mind. And it's not clenning to the rocks at night. I love clenning on their calendar that binds me. Or something that somebody says because it's all we feel together walking. I just know that the world will not be cursing or forgiving. When I walk some railroad track and say to mine. That keeps me by the rivers of the snow in my memory. Babe, I got you gentle on my mind. Oh, why did I keep my cup and suit my back and pull the lobe and sing behind you? My further ruffling coal pile and the dirty hat pulled over across my face. Cup hands round the thin can. I pretend I hold you by my breast and find you. That keeps you by the rivers of my memory. I believe in. Babe, I got you gentle on my mind. Musik Ihr müsst einfach auf ein Fenster draufklicken und unser Weihnachtsvideo erscheint. Bis zum nächsten Mal.